Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wormtun Loa mit Darkin, eine kurze Kampagne mit mir, dem Skipion und ja, wir gucken jetzt mal, wie es weitergeht. Unsere ersten Erfolge haben wir ja schon eingeheims, das lief ziemlich gut, wir gucken mal, wie es weitergeht. Wir zahlen ein Tribut von... Moment. Eure Forderung? Also sie zahlen, okay, gut. Dann machen wir das. Was will Darkin? Nö, also so schon mal gar nicht. So, dann... Das ist doch eigentlich eine recht schöne Armee, dann müssen wir jetzt mal gucken. Jawohl, wir machen endlich Plus. Hier ist viel Schmutz, okay, aber ich kann... Kann ich eine Kanalisation bauen? Ne, kann ich gar nicht als Barbarenvolk. Gut, dann müssen wir jetzt mal gucken. Jetzt ist die Frage halt, kann ich ihn rausnehmen? Ja. Ich hätte nämlich ganz gerne hier einen Wachturm. Und hier oben auch. Aufgrund dessen, dass ich halt sehen möchte, wenn die Germanen kommen. Und die werden kommen, vermutlich. Boah, da ist die Seuche drin durch den Schmutz. Das ist natürlich gut, dass die Bevölkerung dann aber... Andererseits ist die dann nicht gut, aber gut, dass ich den... ...den General da gerade rausgezogen habe. Oh, ein Fünf-Sterne-General. Ist das geil. Der wird dann da auch bleiben, dann schenke ich ihn hier schon mal runter. Nächste Runde. Wir werden jetzt wieder etwas Minus machen, aber es ist okay. Und wie, ich darf halt nicht die Stadt... Ja, wir machen Minus. Mist. Ach ja, die Griechen, die Griechen. Die Griechen, wo seid ihr? Ja, da seid ihr. Handelsrechter, nehmt unsere Karteninformationen und zahlt uns bitte 1.000. Na, dann 600. Äh, 500. Okay. Ja, hinterher geben die nicht mehr so viel. Das ist schade. Oh, die Makedonen sind auch schon da. Ja, das dürfte in zwei Runden eine interessante Schlacht werden. Wir machen immer noch Minus. Aber wir haben halt nicht genug Städte, das ist das Problem. Ähm, die Römer. Ja, die Römer sind schon da. Okay, nächste Runde. Nein. Äh, Handelsrechter. Handelsrechte Karteninformationen und du gibst uns 1.000. Die Römer sollten, ähm, eigentlich genug Geld haben. Dann halt 500. Dann machen wir es halt so. Nächste Runde haben wir die Stadt, okay. Oh, hier machen wir jetzt nur noch so viel Minus, das ist okay. Ähm. Ja, wir brauchen hier auf jeden Fall die Wachtürme. Nächste Runde. Und es kommt zur Schlacht, okay. Das Sovo ist halt, dass ich keine Truppen rekrutieren kann, weil ich kein Geld habe. Weil sonst hätte ich jetzt schon eine Fullstack-Armee und wir könnten bei den, äh, Makedonen einmarschieren. Die sollte man nicht zu stark werden lassen. Das Schön ist, wir haben so viele Generäle. Das heißt, wir können ein paar Einheiten so, sag ich mal, äh, benutzen. Also ein paar Kavalerie-Einheiten. So, da flieht auch schon die erste Einheit. Ah, die Sicherkämpfer halten hier etwas länger durch. Okay, jetzt fliehen sie auch. Fliehen da die Mini-Zuglieten? Nee, die fliehen nicht. Okay, dann raus da. Dann schieß mir mal die Mini-Zuglieten bitte ab. Was kommt da ab? Hält Tasten? Fick da mit. So, seine kläglichen Reste hier sollten jetzt eigentlich fliehen. Ja, die fliehen sehr schön. So, mal gucken, ob er mit seinem General sich jetzt uns entgegenstellt. Ja, sollte er eigentlich. So, wir müssen uns auch mal so stellen, dass wir ihn jetzt entgegenchargen können. Und ich hätte gerne, dass die Söldner, äh, die barbarische Kavalerie in seinen Rücken chargt. Haben wir ihn jetzt hier gut entzingelt? Ja, das sieht sehr gut für uns aus. Kommt die barbarische Söldner-Kavalerie mal? Okay, wir haben einen General verloren, das ist nicht gut. Na los, das schafft ihr. Oh mein Gott, ist das spannend. Feindliche König flieht, das höre ich sehr gerne. Gegnerscher General gefallen? Gegnerscher General gefallen, sehr schön. So, euch brauche ich einmal. Okay, ein General auf unserer Seite gefallen, aber ich denke, damit können wir leben. Ha, Mann, hätte ich mal die barbarische Söldner-Kavalerie hinterher geschickt. Ausradieren bitte, das bringt uns Geld. Dankeschön. So, da steht eine skythische Armee. Ich weiß nicht, was die wollen. Na komm, bauen wir mal hier einen Wachtturm. Die Wachtturme sind halt, wie gesagt, für mich sehr wichtig. Dass du mir da jetzt den Wachtturm versaust, finde ich nicht ganz so geil. So, hier müssen wir die Siedlung ausbauen, dann brauchen wir Geld. Bauen wir mal, ja, das ist langfristig gesehen die bessere Entscheidung. Nochmal nur Einheitbogen schützen, die werden sauwichtig werden. Schaffen die Makedonen das in vier Runden? Die Söldner hier sind gut, die schlagen öfters meine Armee zurück. Äh, ja, bild die mal fort. Okay, wir bauen überall irgendwas, was Geld bringt, das ist gut. Ich bin am überlegen, ob ich... Ja, hier, wir geben unser Geld direkt komplett aus, weil ich glaube, dass wir nächste Runde dann wieder im Minus sind. Nächste Runde. Ja, er hat verkackt. Ach, das reicht halt. Jetzt die Frage, greifen wir die Makedonen an? Die Sküten hauen wieder ab, das ist gut. Ich glaube, ich will ein Bündnis mit den Sküten geben, komm mal wieder hoch. Da sind nur drei Einheiten drin, das finde ich gut. Das heißt nämlich, wir werden mit der Armee einen kleinen Umweg nehmen und die Makedonen überraschen. Ich hätte ganz gerne hier einen Wachturm. So, wir rekrutieren ja hier Einheiten, das heißt, es ist nicht verkehrt, wo ist er jetzt? Er ist hier oben. Ja, er ist ein schlechter Kommandant. Einen Kommandanten brauche ich aber hier unten. Äh, brauchen wir mal den Aufmarschplatz, ja. Und hier brauchen wir öffentliche Ordnung. Hm, was haben wir denn für Tempel für Auswahl, die uns was bringen? Nackte Fanatiker? Nein. Simonixäre hier, der Schrein der Wahl, würde ich mal sagen. Auch wenn Kampfgeistbonus vielleicht... Ne, ich bleib bei dem Tempel. Der hört sich gut an. Und hier die Palissade, hätte ich ganz gerne. So, hier rekrutieren wir die Bogenschützen. Wie gesagt, die werden halt wichtig werden. Nächste Runde. Damit wir die Phalanx-Einheiten auseinandernehmen können. Okay, die Sküten hauen ab. Wir kriegen noch einen Kommandanten. In Thylist. Das ist hier... Wow, dann habe ich in Thylist zwei Kommandanten. Wow, dann machen wir weiter. Dann marschieren wir hier weiter. Okay, er ist weit weg mit seinen Armeen. Dann holen wir uns gleich die Stadt hier. Oh, es wird noch blieben, aber die Kosten... Nein, die sind es wert. Die nehmen wir mit. Wir brauchen gute Einheiten. Hier wird noch rekrutiert, das ist gut. Hier wird überall gebaut, das ist auch sehr gut. Wir machen... Wir machen Geld. Das ist vor allen Dingen wichtig. Dann brauchen wir hier nächste Runde den Schrein, bitte. Hier wäre eigentlich wichtig gewesen, dass ich die nicht aussah, dann hätten wir die Elite-Bogen schützen, aber okay, das jetzt mal am Rande. Ähm... Ja, hier kannst du ruhig die Runde um. Okay, nächste Runde. Ah ja, mein Diplomat sollte wieder hochlaufen. Nee, ich hätte gern, dass du über die Schiene angreifst, ja. Oh, die Tore sind sogar offen, was hat er da drin? Zwei Pettasten, die haben drei Bogenschützen-Einheiten. Ach, das sollten die eigentlich auseinander nehmen. Kann ich etwas tun? Kann ich etwas tun? Sofort. Hm, die Armee möchte ich hier so lassen, wie die ist. Hier noch eine Einheit Bogenschützen. Und vielleicht eine Einheit Kaff. Ja. Hier kann ich jetzt mit den Steuern hoch, das ist sehr gut. Gut, von da kommt auch nichts. Kann ich mit dir rausgehen? Ja, dann wollen wir hier den Tempel und dann gehst du hier hin. Okay, hier kann ich mit den Steuersatz hochgehen, das ist sehr gut. Kleiner Quick-Safe. Dann holen wir uns jetzt hier die Stadt. Das ist schon mal ein wichtiger Schritt, vor allem weil es uns auch nochmal Geld bringt. Und der General ist halt noch jung. Mit seinen 40 sag ich immer, wenn wir den auf 10 Sterne pushen, dann haben wir auch eine gute Chance gegen die Makedonen. So, wir sollten ihn hier eigentlich überrennen. Das sind nur Pettasten. So, das hat gut geklappt. Die Pettasten sind weg. Oh, da sind die nächsten Pettasten. Ein da. Oh, die fliehen schon, das ist sehr gut. Benutzt Fernkampfwaffe? Ne, 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 du. Hör mal auf damit. Pause. Das ging mir zu schnell. Ein da. Aber okay, gut. Wir haben ihn. Jawohl, sehr gut. Das einzige Problem, was wir halt jetzt noch haben, ist, dass er halt zwei, wie gesagt, zwei Falangseinheiten hat. Wogegen wir halt die Bogenschützen mitgebracht haben. Gucken wir mal, ob wir jetzt hier die Pettasten bekommen. Wir müssen nur rechtzeitig wieder raus. Wo stelle ich meine Bogenschützen am besten auf? Eigentlich müsste ich hier eine Einheit durchschummeln. Die Frage ist halt, geht das? Durchschummeln. Durchlaufen? Durchlaufen? Okay, es geht. Lauf. Lauf. Ich muss jetzt hier gucken, wie ich das, dass ich das gut löse. Hör mal auf. So, jetzt in den Rücken, bitte. Aber bitte, volle Kanne jetzt in den Rücken. Sehr gut. Die andere Einheit bewegt sich nicht, oder? Ne, gut. 53 Einheiten noch? Okay. Ja, die Bogenschützen machen einen guten Job. Jetzt fiegt er, okay. Ist hier ein Tempel drin? Ne, ne? Ich sehe hier keinen. Oder seht ihr ein Tempel? Ne, ich glaube, hier ist keiner. Sonst hätte man das gesehen. Oder? Doch, Tempel der Demeter ist da, okay. Gut, das ist nicht der Tempel. Ich habe jetzt auf ein Artemis-Tempel behofft, sage ich. Wo, 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 wo wollt ihr hin? Wo seid ihr? Ihr seid da, okay. Schieß mir mal ihn da ab. Ne, dann beenden wir das. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das läuft gut. Wir müssen jetzt nur noch etwas schneller vorankommen. Noch eine Einheit Bogenschützen. Äh, den Schrein der Demeter reißen wir ab und bauen unseren schönen Tempel hin. Oder will, will ich mir barbarische Kavallerie hin? Ähm, ja, doch, das wäre ganz gut. Nach dem Tempel. So, jetzt haben wir wieder etwas Geld. Jetzt können wir wieder etwas bauen. Beziehungsweise rekrutieren. Hätte ich ganz gerne noch einen Bogenschützen. Sicher ist sicher. Äh, dann hätte ich hier die Rodung. Ne, wir müssen hier auf öffentliche Zufriedenheit gehen. Ja. Gut. Ein kleines Quick-Safe. Was sagt denn unser Agent, was hier noch drin steht? Er hat... Wow. Aber okay. Er hat keine Infanterie. Wenn wir jetzt hier die Bogenschützen haben, haben wir vier Einheiten Bogenschützen. Sind ihm somit überlegen, weil er nur zwei hat. Können seine Kaffner haben mit Infanterie. Haben ein General. Haben die Söldnerhubblieben. Huh. Das wird böse. Er hat einen schreienden Atem ist da drin. Die Armeen können zur Verstärkung kommen. Machen wir einfach mal nächste Runde und gucken, was passiert. Er haut mit den Armeen ab. Eine Armee kommt wieder hoch. Sküden. Was wollt ihr? Bitte wollt ihr ein Bündnis. Ne, die wollen meine Siedlung bestechen. Wo ist denn eigentlich mein Diplomat? Du gehst da mal rein. Du solltest hier weiter hochlaufen. Makedon. Ihr könnt auch mit den Germanen ein Bündnis machen. Da sind die Skipionen. Du baust. Das ist gut. Bauen wir mal den Tempel. Du baust auch. Du baust auch. Du baust nicht. Da brauchen wir den Händler. Hier könnte ich jetzt meine Einheiten fortbilden. Weil ich will halt angreifen. Angreifen, ne? Das Problem ist, die Seuche bricht in Bakedonien irgendwann aus. Und das ist halt in Thessaloniki der Fall. Das andere ist, es ist eine Stadt. Da ist halt schon eine Stadtkaserne drin. Und ein Schützenplatz. Was kriegen wir dafür? Wie kriegen dafür? Für diese Sachen kriegen wir halt Elite-Schwertkämpfer. Und halt unsere Elite-Bogenschützen-Bande. Was ultra cool ist. Und halt schon Kriegsgerät. Das ist halt mega gut. Wir sehen denn unsere Mission sich aus. Wir müssen nur noch Makedonien erobern und 10 Provinzen halten. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Dahin. Oder wir gehen halt hier. Okay. Wenn wir nach Süden gehen. Ja, müssen wir gucken, wie wir das machen. Also mein Plan ist auf jeden Fall Griechenland. Wir müssen hier bis runter nach Korinth. Und wir müssen vermutlich gegen die Römer kämpfen. Okay. Ja, Leute. Ich mache jetzt hier erstmal einen kleinen Cut. Und dann gucken wir, wie es dann weitergeht. Ich überlege mir was. Ob wir jetzt hier angreifen oder nicht. Oder ob wir uns hier in die Rebellen stattgehen. Eigentlich diese Siedlung ist es halt. Aber wir gucken mal. Also gut. Leute. Ich hoffe, euch gefällt dieser Part. Beziehungsweise sichiert, dass ich mal Darkian zocke. Weil Darkian ist halt nicht einfach. Auch im Late Game hinterher nicht gegen die Römer. Da wird es, wenn die Stadtkurorte haben, wird es knifflig. Aber Leute. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.